... ... ... Lass mich da gut... ... 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 Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und so geht das halt. Der Chef schaut zu. Da ist ein Überblick. Da geht es weit runter auch noch. Auf der Fläche. Alles da hinten, was steht, auch weg. Das Schöpfel weg. Dann geht es rechts runter. Da geht es weiter runter. Über 300 Meter runter. Bis da unten. Ganz unten, wo das Gras steht. Aber da ist ein Dölken runter. So ist es weit runter. Aber siehst du, mit vier Maschinen, was los ist. Jetzt haben sie nichts weggeführt. Letztens zwei fahren. Den Weg haben sie aufgemacht. Nächste Woche soll es ungewöhnlich ruhig aus. Da können sie versuchen. Da können sie zurückfahren. Jetzt kommt er vor. Und dann kommt er noch ein Halt. Und dann kommt er noch ein Halt. Dann kommt er noch ein Halt. Noch ein Halt. Dann muss er auch wieder sehen. Und dann komm an. Dann kommt er noch ein Halt. Also kommt er noch ein Halt. Dann kommt ein Halt. Die Fläche das sind super schön. Dann kommt er noch ein Halt. Da ist sehr dringend. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, mit dem Pöppel musst du mal holen, die Ruhe weg, wer weiß was zu tun ist, super, super. Und die Vora wissen doch, Vora wissen doch, Pöppel kennt sie auch, was besser ist. Ja, Pöppel, Pöppel, super. Körst du, Pöppel, super. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020